Musik Hallo! Freitag steht hier jetzt ja immer für den Food Friday, wo ich ein neues Food Diary für euch bereit habe. Und zwar mit verschiedenen veganen Gerichten. Diese Woche wieder ein gemischtes, also mit süßen und herzhaften Mahlzeiten ganz verteilt über den Tag. Und ich bin ja mein großer Fan davon, auch aus Resten verschiedene Sachen zu kreieren. Wenn man mal Lust hat auf ein bestimmtes Gericht, dass man seine eigene Kreation davon macht. Weil ich finde, man kann so richtig schön kreativ in der Küche werden. Also mit verschiedenen Lebensmitteln, mit verschiedenen Gewürzen. Und ich versuche mal, euch dazu auch zu motivieren, einfach mal drauf los zu kochen, drauf los zu backen. Da auch so ein bisschen ein Gespür zu bekommen, wie man ja was in welchen Mengen einsetzt. Und genau, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit den Sachen, die letzte Zeit so auf unseren Tellern gelandet sind. Wenn man nicht weiß, was man zum Abendessen essen soll, dann finde ich, ist Curry immer eine sehr gute Idee. Da kann man nämlich auch wunderbar Reste aufbrauchen. Ich habe hierfür jetzt erstmal Eisdurin gekocht, weil die mich so im Karton angelacht haben. Und dazu kam dann in einem anderen Topf einmal Wasser und außerdem eine Dose Kokosmilch und auch Tomaten. Und dann eine ganze Menge an Gemüse. Das ist super schön bunt geworden. Marco hat hier in einem Asiamarkt letztens so gefrorene Edamame gefunden. Da habe ich noch ein paar Bohnen dazu getan. Außerdem Mais, die noch im Kühlschrank, also Maiskörner, die noch im Kühlschrank standen. Dann eine Aubergine, Zwiebel und auch Tomate und Paprika noch extra. Und das Ganze habe ich einfach nur mit ein bisschen Salz, Pfeffer und so einer fertigen Currypaste gewürzt. Also wirklich richtig easy. Ein bisschen Frühlingszwiebel ist noch drin. Dazu haben wir noch einen Rest Rucola und Tomate, was man sich noch ein bisschen als Topping oben rauf packen kann. Und ja, es riecht auf jeden Fall richtig schön würzig. Und man hat hier eine sehr bunte Auswahl an Gemüse mit drin. Eigentlich ist Marco hier der eigentliche Star des Essen anrichtens. Ich finde, das ist richtig, also es sieht mega lecker aus. Das ist Milchreis. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein großer Fan davon. Aber wenn ich das hier so sehe, da freue ich mich eigentlich auch Lust darauf. Und zwar hat er dafür einfach so Milchreis, ganz klassisch mit einer pflanzlichen Milch gekocht. Und dann kam da noch so ein Löffel von dem Energy Bomb Mix mit rein. Und obendrauf hat er sich jetzt hier so heiße Kirschen und Himbeeren gemacht. Da ist auch noch so richtig schön viel Soße mit dabei rausgekommen. Da ist dann noch ein bisschen Zimt obendrauf und geschrotete Leinsamen für die Omega-3-Fettsäuren. Und natürlich seine Basilikumblätter als Deko. Aber schmeckt wirklich immer richtig gut, wenn man noch Basilikum auf so süße Sachen mit drauf gibt. Das gibt immer noch so einen richtig leckeren Touch und natürlich noch ein bisschen Grünzeug. Auf dieses Abendessen freue ich mich heute ganz besonders. Wir dachten eigentlich, wir haben nichts mehr da. Aber aus Resteessen entstehen ja meistens die besten Bowls, weil man da mal ganz viele verschiedene Sachen einfach reintun kann. Wir haben hier einmal gebackenen grünen Spargeln. Ich finde, die kann man auch so schön variieren. Also gekocht, gebacken mit Pasta oder Risotto oder sowas. Also es gibt so viele leckere Varianten. Dann haben wir hier noch die Reste Kartoffeln. Die habe ich auch einfach in solche Schnitze geschnitten und dann gewürzt mit Thymian und Rosmarin. Dann kamen die auch mit in den Ofen. Dann gibt es dazu noch gekochte Erbsen und Brokkoli. Und hier verdeckt unter den ganzen Toppings ist einmal eine Guacamole. Aber ja, eigentlich eher so eine eigene Kreation. Also auf jeden Fall mit Avocado. Dann kam da Kürbiskernöl rein. Wisst ihr, liebe ich sehr. Und außerdem Sojajoghurt. Dann Salz und Pfeffer. Und Knoblauch, Apfelessig und einen Schuss Agavendicksaft. Und obendrauf haben wir dann noch Frühlingszwiebeln, gefüllte Oliven und außerdem noch mitgebackene Zwiebeln. Und hier an der Seite der kleine Klecks hat es noch mit drauf geschafft. Das ist so eine übrig gebliebene vegane Leberwurst aus Kidneybohnen. Deswegen ist sie so schön lila und haut auch verschiedenen Gewürzen. Nichts Leerbräuchertofu war noch drin für den Leberwurstgeschmack. Und Apfelessig natürlich und so Sachen. Ich glaube, das Rezept hatte ich schon mal gepostet. Und ja, das sieht auf jeden Fall richtig köstlich aus. Es riecht mega gut. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich wollte schon so lange mal Partei selber machen, weil ich das aus Thailand noch kenne und vermisse und liebe. Deswegen war heute mal der Tag der Tage. Und ich habe eine Erdnusspartei gemacht. Und zwar mit einer Soße aus ganz vielen verschiedenen anderen Soßen und Zutaten. Wie zum Beispiel frischem Ingwer und Knoblauch. Dann kam da Seraxia-Soße rein. Agavendicksaft. Ein selbstgemachter Thai-Curry, den ich mal in einem Geschenke-Video selbst gemacht habe. Und dann kam da noch Sojasauce rein. Habe ich das schon gesagt. Ich bin schon ganz durcheinander. Auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sachen, dass es halt super würzig geworden ist. Und ganz viel Erdnussbutter natürlich. Und dann habe ich nebenbei Karotten geschnibbelt und auch Paprika, dann Pilze, noch mehr Ingwer und Frühlingszwiebeln. Und das habe ich dann angebraten. Also in ein bisschen Wasser einfach in einem großen Wok, den ich endlich mal wieder benutzen konnte dafür. Und dann habe ich nebenbei noch so Reisblüllen gekocht. Und am Ende kommt einfach alles zusammen in den Wok. Also mit der Soße, dass es halt so richtig schön durchziehen kann. Das ist nochmal ein bisschen geköchelt worden und noch mit Spinat angereichert worden. Dass der auch so ein bisschen zusammenfällt. Und getoppt habe ich das Ganze jetzt mit frischer Zitronen. Auch Zitronensaft. Dann Sesam und dem grünen Teil der Frühlingszwiebeln. Und das riecht so gut. Ich probiere mein Essen immer nicht. Deswegen hoffe ich, dass es schmeckt. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, finde ich. Und seit gestern habe ich irgendwie mittags total Lust auf Müsli. Weil es so schön lecker ist und halt mega einfach und schnell geht. Ich habe hier jetzt in die Bowl einfach Haferflocken reingetan. Und zwar körnige. Die bleiben immer noch so ein bisschen, ja, körnig und bissfest, wenn man da Milch rüber gibt. Außerdem habe ich mir einen Apfel dazu geschnitten. Und einen großen Löffel Erdnussbutter raufgegeben. Aus gerösteten Erdnüssen. Mega gut. Dann kamen da außerdem noch rein getrocknete Feigen und auch, achso, nee, das waren Aprikosen. Das hier sind Feigen, wo diese kleinen Punkte hier mit drin sind. Und dann ein paar Kakaonips, Sonnenblumenkerne, ein bisschen Zimt. Mond schwimmt, glaube ich, irgendwo da unten noch mit drin. Und das Ganze habe ich dann aufgegossen mit Hafermilch. Und ein paar Kokoschips hier an der Seite noch. Ja, ist auf jeden Fall richtig gut. Macht halt voll satt. Und man hat von allem so ein bisschen. Da bin ich ja sowieso ein großer Fan von. So, heute ist endlich mal wieder Sushi Night. Wir haben hier einmal gekochte Süßkartoffeln. Und außerdem gebratenen Tofu. Die mache ich immer ganz gerne in Sojasauce. Oder auch Sriracha-Sauce. So wie heute. Und zwar noch mit Frühlingsziebeln dazu. Und dann hier das Gemüse unter dem Blumenstrauß. Da haben wir einmal Avocado, Gurke und rote Beete. Beides roh in solche Streifen geraspelt. Und auch den grünen Teil von der Frühlingsziebel. Den hellen habe ich hier mit reingetan in die Pfanne. Und dann das Beste. Ich habe heute Morgen, mag Gott, mich zum Glück daran erinnert, veganen Lachs zubereitet. Und zwar nach dem Rezept mit den Karotten, was ich auch mal in einem Brunch-Video gemacht habe. Dafür habe ich die erstmal geschält und dann geraspelt. Und dann so in einem Sieb über kochendem Wasser gedünstet mit einem Deckel oben drauf. Und währenddessen habe ich die Marinade angerührt mit Leimöl, Soursoße, Liquid Smoke und Kalanamak-Salz. Ein bisschen Chili, Pfeffer und Apfelessig. Und dazu habe ich dann noch ein bisschen Nori-Blätter gegeben, also so klein geschnippelt. Das gibt nochmal einen schönen, allgeigen Fischgeschmack. Aber auch Dill schmeckt zum Beispiel richtig gut da drin. Und die Eigenblätter haben wir hier sowieso schon ausgelegt, um da unseren Reis drin einzurollen. Den hat Marco heute Mittag schon gekocht, damit er ein bisschen abkühlen kann. Und da nehmen wir auch immer ganz normalen Reis, einfach so weißen Basmati-Reis. Und kochen dann halt einen Teil Reis mit drei Teilen Wasser. Dadurch wird der halt auch so richtig schön klebrig. Und an Soßen haben wir einmal Sriracha, dann Sesam zum Dippen. Das schmeckt auch wirklich mega gut, wenn man da so die Stücke eintunkt. Und dann einmal Basabi selbst angerührt mit unserem niemals endenden Basabi-Pulverglas. Dann natürlich Sojasauce und Sweet Chili. Porridge-Time. Es ging mal wieder super schnell und einfach. Ich habe hier einfach in die Schüssel Haferflocken gegeben und noch so andere Flocken, die irgendwie in dem Glas auf unserem Palettenregal in der Küche rumstanden. Da habe ich eine Prise Zimt darauf gegeben und das Ganze mit pflanzlicher Milch. Da habe ich wieder Hafer, die trinken wir in letzter Zeit am liebsten, aufgegossen. Und noch ein bisschen Wasser. Dann kam das Ganze kurz in die Mikrowelle für so zwei Minuten. Man kann das natürlich alternativ auch einfach schnell aufkochen. Aber so konnte ich mir das abwaschen vom Topf sparen. Und in der Zwischenzeit habe ich dann hier eine Banane geschnippelt und eine Birne. Dann hatten wir noch eine frische Mango, die so richtig schön weich und reif ist. Dann kamen da oben drauf noch ein paar Maulbeeren. Das sind schwarze Maulbeeren. Ich finde, die schmecken auch richtig gut. Die sind so ein bisschen crunchy und haben aber auch so ein bisschen den Geschmack von Rosinen. Also wirklich sehr zu empfehlen. Und dann kam da noch ein bisschen Sojajoghurt drauf und für noch ein bisschen extra süße Agavendicksaft. Also eigentlich ziemlich simpel, aber ich finde, das sieht köstlich aus. Und vor allem auch sehr sommerlich, so ein bisschen tropisch. Das macht die Mango irgendwie immer, finde ich. Okay, das sieht zugegebenermaßen nicht besonders appetitlich aus. Aber ich habe schon probiert, zumindest von der Soße. Und es schmeckt köstlich. Ich habe jetzt in unseren Regalen oder in unseren Kisten, in unserem Palettenregal in der Küche so braune Linsen gefunden, die ich nochmal gekocht habe. Ich finde die super lecker. Die haben ja auch richtig viel Protein. Und daneben liegt noch von den ganzen anderen Sachen begraben so bunter Reis. Also so weißer Reis mit schwarzen Körnern drin. Der muss noch ein bisschen länger kochen, aber schmeckt, finde ich, richtig gut. Dazu gibt es dann noch gedämpften Brokkoli und auch frischen Rucola. Den haben wir heute im Supermarkt gefunden, der war 50% reduziert. Und ich mag es ja mal, dann solche Sachen mitzunehmen, weil die ja noch total gut schmecken und ja eigentlich noch fresh sind, aber halt so heißwegs abgelaufen sind oder halt schon der nächste Nachschub kam. Deswegen nehme ich dann sowas immer ganz gerne mit. Und diese Soße hat so eine tolle Farbe, weil es eine Mischung aus einem Teil von den braunen Linsen ist. Zusammen mit Tomate, Senf, Apfelessig, Agavendicksaft, Salz, Pfeffer und Sojajoghurt. Also sehr simpel. Eine richtig leckere Kombi. Ein sehr einfaches Essen, aber ich mag solche Bowls ja total. Wie ihr bestimmt schon erkennen konntet, essen wir total gerne unter dem Motto Eat the Rainbow. Also man ganz viele verschiedene Lebensmittel und auch Farben auf seinem Teller hat, damit man halt möglichst viel Abwechslung in seine Ernährung reinbringen kann. Aber ich liebe es auch total, dass man halt, ja, simple Sachen einfach isst, damit man die einzelnen Produkte auch wirklich rausschmeckt. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr bestimmt schon fast täglich, dass ich sehr gerne Smoothies zum Frühstück esse oder auch eher trinke. Und ich dachte mir, zum nächsten Food Friday mache ich mal so eine Art Smoothie Food Diary. Also dass ich euch zeige, wie ich so meine Smoothies zubereite, was da so reinkommt. Und halt auch so, dass man davon satt wird und möglichst viele Nährstoffe bekommt. Und ja, auch schön buntes Smoothies natürlich zubereiten kann in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Zutaten. Und ja, da freue ich mich drauf und hoffe, ihr auch. Ihr könnt mir auch super gerne Ideen da lassen oder eure liebsten Smoothie Rezepte, die ich immer ausprobieren sollte, mit reinbringen sollte. Und ja, die Rezepte vom heutigen Video findet ihr wie immer in der Infobox drin. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye!